Elon Musk, Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, der vor kurzem Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft hat. Und das Verrückteste ist, das ist nix für ihn. 44 Milliarden Dollar, ich bin mir sicher, er hat 45 Milliarden gegeben und gesagt, stimme so. Was hat er als erstes gemacht? Er hat alle Chefs bei Twitter entlassen, nach dem Motto, jetzt bin ich der einzige Chef und ich mache jetzt richtig, wozu ich Lust habe, nämlich, die Hälfte der Mitarbeiter entlassen und auch noch sehr großartig, stilisch gesehen, nämlich per Mail. Hoppla, sofort waren die, später hat er bemerkt, das war ein Fehler, ich brauche doch die Leute unbedingt für Twitter, aber das war zu spät. Die Mails waren da, so ein Fehler würde natürlich in Deutschland nie passieren können. Da hätte man Zeit, den Fehler zu korrigieren, bis alle Faxe durchgelaufen sind. Das Ganze war in Kalifornien und in Kalifornien kann man dagegen klagen, weil die Mitarbeiter haben geklagt und haben gesagt, so geht's nicht. Es gibt in Kalifornien ein Gesetz, der sagt, 60 Tage Frist mindestens. Als Elon Musk das erfahren hat, hat er gesagt, aber gut, dann kaufe ich Kalifornien und ich ändere das Gesetz dann. Ja, so oder so, der Elon Musk hat jetzt tatsächlich Twitter und da gibt es einige Leute, die sich total freuen. Wisst ihr wer? Die Verschwörungstheoretiker, die QAnon-Anhänger, die Corona-Leugner, die finden das super. Oder die Leute, die überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist, also die finden super. Oder die Leute, die sagen, oui, Merkel ist ein Reptiloid. Wobei, das kann noch stimmen. Also, das weiß ich nicht. All diese Leute, die komplett verrückt sind, die, die, aber super für die, weil die können wieder auf Twitter kommen und so deren Scheiß komplett schreiben. Weil Elon Musk sagt, ja, das ist Redefreiheit. Ist das wirklich Redefreiheit? Nicht nur das, sondern auch Hassparolen, Rassismus, Antisemismus, alles gut, alles gut, weil das ist laut Musk Redefreiheit. Ja, es ist nicht Redefreiheit. Es ist eine Gefahr. Und dass Twitter so abdriftet, es ist wirklich eine Gefahr für die Demokratie. Und es ist so schlimm, dass viele Konzerne sagen, nee, nee, also wir müssen Abstand halten von diesem Twitter, so wie es sich entwickelt. Viele Konzerne sagen, nee, also das ist vorbei, keine Werbung mehr auf Twitter, darunter auch VW. Und wenn sogar VW moralische Bedenken hat, das soll was heißen, das kann ich euch sagen. Es gibt viele Funktionen auf Twitter, das wissen wir alle. Man kann auf Twitter twitten, man kann kommentieren, man kann retweeten, aber meine Lieblingsfunktion, man kann es deinstallieren.